Freundinnen und Freunde der Sterne, jetzt im August geht es los mit den Kampfaspekten des Mars. Doch gleichzeitig hat der Kosmos uns auch Geschenke für die Harmonie und die Liebe gemacht. Die Sterne meinen, wir sollten jetzt auf jeden Fall das Leben genießen und uns mit unseren Herzallerliebsten verbinden, damit wir gestärkt in den heißen Herbst gehen können. Wie sich die Tendenzen für euer Sternzeichen auswirken, darum geht es in diesem Video. Herzlich willkommen bei Antonias Sterne, eurem Astrologie-Kanal und Podcast mit den Tendenzen für die 12 Sternzeichen im August. Und die Timecodes zu euren Zeichen findet ihr wie immer in der Videobeschreibung. Aber bleibt noch bei mir, ich gebe euch noch einen kleinen Überblick und außerdem wollt ihr ja sicher auch wissen, wer in der Verlosung vom Juli gewonnen hat. In den ersten Augustwochen wird sich die Sonne im Löwen günstig mit dem Mars im Widder verbinden. Das gibt Schwung und macht Lust, sich draußen in der Natur zu bewegen, Sport zu treiben und bei vielen Vorhaben Gas zu geben. Trotzdem bauen sich nun auch die Problemaspekte von Mars und Lilith zu den Planeten im Steinbock auf. Ich würde sagen, gut, dass Urlaubssaison ist, dass wir uns häufig draußen an frischen Luft aufhalten können und dass wir vom Kosmos her ein bisschen Rückenwind bekommen für unseren persönlichen Spaß und unsere Herzensprojekte. September und Oktober kommen dann einige gesundheitliche und gesellschaftliche Herausforderungen auf uns zu und hoffentlich können wir bis dahin noch ein bisschen Kraft und Zuversicht tanken. Der Kosmos hat aktuell zwei positive Geschenke für uns. Einen langfristigen Harmonieaspekt zwischen Jupiter und Neptun bis Oktober, der stärkt alle Menschen, die an die Macht der Liebe glauben und spirituell arbeiten. Außerdem gibt es zu Vollmond noch ein besonderes Liebesgeschenk. Schaut euch doch dazu auch bitte mein aktuelles Mondzyklus-Video an. Es heißt Geschenk der Liebe. Falls ihr Beratungsbedarf habt, bin ich gerne im persönlichen Gespräch für euch da. Und wie und wo der Marstransit in eurem Horoskop wirkt, dazu habe ich eine schriftliche Marsanalyse entwickelt. Das alles und mehr könnt ihr über meine Homepage bestellen und alle Infos dazu findet ihr hier auf der Infokarte und unten in der Videobeschreibung. Eine schriftliche Marsanalyse habe ich auch in meinem Juli-Video verlost und die glückliche Gewinnerin ist Ina Marr. Liebe Ina, bitte melde dich unter meiner E-Mail-Adresse service-at-antonialangsdorf.com, damit wir dir deinen Gewinn zumailen können. Im August gibt es viele Chancen für die Liebe und deswegen könnt ihr diesmal ein Partnerhoroskop gewinnen. Alles zur Verlosung und außerdem ein paar coole Rabattaktionen findet ihr im Service-Teil am Ende dieses Videos und den habe ich auch unten bei den Timecodes verlinkt. Vergesst nicht, das Video für die Zer-Sternzeichen im September anzuschauen, denn dort erfahrt ihr, wer bei der Verlosung gewonnen hat. Gleich geht's los mit den Prognosen für die Zer-Sternzeichen bzw. Aszendenten. Kleiner Tipp, wenn ihr euch bei eurem Sternzeichen nicht wiederfindet, schaut doch auch in das Video für euer Aszendentenzeichen mal rein. Das ist dann sicher auch sehr aufschlussreich für euch. Und jetzt fangen wir an mit den Wiedergeborenen und Wiederaszendenten. Hallo, ihr fabelhaften Wiedergeborenen und Wiederaszendenten. Spürt ihr schon den Einfluss von Powerplanet Mars in eurem Leben? Einen Monat habt ihr noch, bevor der Mars dann im September rückläufig wird. Das heißt, ihr solltet die teils sehr günstigen kosmischen Einflüsse im August nutzen, um voranzukommen, und zwar bei Projekten, die viel Energie erfordern. Sei es, dass ihr Sport treibt oder dass ihr etwas baut und errichtet oder renoviert. Oder sei es, dass ihr mit eurem Partner zusammen viele erotische Stunden verbringt oder gemeinsam etwas auf die Beine stellt, wobei ihr als Widder wahrscheinlich der treibende Motor seid. Jetzt im August bildet der Mars eine ganze Reihe von günstigen Aspekten zur Sonne, die ja im Löwen steht. Die beste Zeit ist dahingehend zwischen dem 5. und 19. August. Die solltet ihr nicht ungenutzt verstreichen lassen, sondern aktiv Dinge voranbringen, egal ob in eurem Privatleben oder beruflich. Rund um den Vollmond am 3. August haben wir eine besondere Seelenpartner-Konstellation mit der Venus. Da könnt ihr euch leicht verlieben oder auch einfach nur wichtige Menschen treffen, die euch für euer weiteres Leben Türen öffnen. Außerdem verbinden sich zu Vollmond, Mars und Lilith und diese Konstellation hält an bis Anfang Oktober. Das kann mit einem Drang einhergehen, persönliche kreative Projekte zu verwirklichen. Es kann euch aber auch recht eigensinnig und kompromisslos machen. Wahrscheinlich bemerkt ihr, dass euer Charisma stärkt und dass ihr starke Reaktionen hervorruft. Menschen fühlen sich von euch angezogen oder auch befremdet, aber auf jeden Fall fallt ihr auf. Kein Problem für die kernigen Widder, die gerne provozieren und sich mit Widerspruch auseinandersetzen. Diejenigen, die eher harmoniebedürftig sind, könnten das als schwierig empfinden, weil sie merken, dass sie sich verändern und jetzt öfter anecken. Denn mit dem Vollmond gehen auch die harten Aspekte zu den Steinbockplaneten los. Und das bedeutet, ihr werdet auf Widerstand und Grenzen stoßen bei dem Versuch, euch auszuleben und euer Ding zu machen. Und zwar besonders von Seiten von Vorgesetzten oder auch von Ämtern und Behörden. Für selbstständige Widdergeborene ist sicherlich günstig, dass sie nicht weisungsgebunden sind. Aber auch sie könnten Probleme mit Vorschriften oder auch mit Corona-bedingten Einschränkungen bekommen. Schaut euch doch dazu bitte auch noch mal mein Video über Mars im Widder an und übt die 90-Sekunden-Regel, wenn ihr merkt, dass ihr wütend werdet. Die Spannungen spielen sich vor allem in der dritten Dekade des Widderzeichens ab. Aber weil der Mars im Widder herrscht, denke ich, dass das ein bisschen auf alle Widdergeborenen abfärbt. Ihr könnt mir gerne hier in den Kommentaren posten, wie es euch mit dem Marseinfluss ergeht. Jetzt im August gleichen die guten Aspekte der Sonne das, wie gesagt, noch aus. Deswegen kann das trotz der Konfliktpotenziale ein sehr produktiver Monat werden, falls ihr nicht gerade im Urlaub seid. Diejenigen von euch, die als Heiler oder in Sozialberufen arbeiten, haben einen guten Lauf, dankbare Klienten und Heilungserfolge. Und die Kreativen unter euch sind wahrscheinlich voller Schaffenskraft und haben tolle Einfälle. Bei euren Finanzen neigt ihr in der ersten Monatshälfte zu gewagten und spekulativen Aktionen. Vielleicht besteht auch einfach die Gefahr, dass ihr im Urlaub Geld verliert oder bestohlen werdet. Also Vorsicht! Am 5. August wechselt der Merkur in den Löwen. Das ist für euch beruflich und finanziell sehr günstig bis zum 20. August. Verhandlungen laufen glatt, es geht voran und ihr könnt gute Entscheidungen treffen oder Ergebnisse erzielen. Am 7. August wechselt die Venus in den Krebs. Das ist eine kuschelige Konstellation für einen Familienurlaub. Oder ihr habt Spaß daran, euer Heim zu verschönern oder im Garten zu arbeiten oder ihr bekommt netten Besuch. Vom 15. bis 22. August zeigt die Venus außerdem eine finanziell gute Phase für euch an, eventuell auch finanzielle Hilfe von Seiten der Familie. Und das ist auch eine positive Zeit für die Liebe und vielversprechende Begegnungen. In diese günstige Phase fällt der Neumond am 19. August im Löwen. Er aktiviert eure Kreativität und Schaffenskraft und weckt die Lust auf Liebe und Leidenschaft. Ist auch ein gutes Datum, um eine neue Liebe oder auch eine heiße Affäre zu beginnen. Ab dem 20. August geht die Energie verstärkt in Richtung Büroarbeit und Routine. Dann wechselt der Merkur in die Jungfrau und am 22. August dann auch die Sonne. Bis zum Monatsende sind die Aspekte dann günstig, um beruflich und finanziell voranzukommen. Allerdings solltet ihr Konflikten mit Vorgesetzten und Behörden dann aus dem Weg gehen. Da werdet ihr wahrscheinlich vor eine Wand laufen. Deswegen nochmal zusammengefasst, versucht Verhandlungen, Entscheidungen und Zusagen in die Zeit zwischen dem 5. und 19. August zu legen. Danach werden sich die Fronten leider für eine Weile verhärten und es wird schwieriger, Kompromisse zu erzielen oder Zugeständnisse zu bekommen. Mehr dazu dann im Video für den September. Hallo ihr lieben Stiergeborenen und Stier-Aszendenten. Wie geht es euch denn so mit Uranus in eurem Zeichen? Ich habe in letzter Zeit gehäuft, Klientinnen und Klienten aus dem Zeichen Stier, die unter dem Einfluss des Veränderungsplaneten stehen und das ganz deutlich spüren. Zurzeit betrifft das vor allem die April-Stiere, aber natürlich können auch andere Planeten in eurem Horoskop den Uranus-Einfluss empfangen. Deswegen, wenn ihr unruhig seid und ständig darüber nachdenkt, was ihr in eurem Leben alles ändern möchtet, dann ist das einfach der Ruf der Sterne und ganz normal. Am konstruktivsten geht ihr damit um, indem ihr ganz gezielt bestimmte Projekte in Angriff nehmt, die euch das gute Gefühl geben, etwas verändert zu haben oder etwas Neues auf den Weg zu bringen, was euch notwendig erscheint. Viel Unruhe ist in den ersten Tagen des Monats bis zum Vollmond am 3. August angezeigt, denn da werden die Energien des Uranus ganz kräftig aktiviert. Wundert euch also nicht, wenn ihr nicht schlafen könnt, sondern macht euch dann lieber Notizen, falls ihr neue Ideen habt. Die Tendenz hält noch an bis zur Monatsmitte, da können sich dann auch plötzliche Planänderungen ergeben oder ihr seid selbst ungewöhnlich spontan darin, Dinge anders als geplant zu machen. Insgesamt steht ihr aber mit den aktuellen Konstellationen besser da als viele andere, vor allem die Maistiere, denn die ganzen Steinbockplaneten stehen günstig zum Stierzeichen und der Mars im Widder greift euch nicht direkt an. Allerdings steht er ja mit Lilith und Chiron bei euch im versteckten 12. Haus. Das kann gegebenenfalls bedeuten, dass Dinge hinter eurem Rücken geschehen, zum Beispiel, dass ein Konkurrent gegen euch intrigiert oder dass Neider euch das Leben schwer machen. Wenn ihr das bemerkt, solltet ihr es nicht ignorieren, sondern entsprechende Maßnahmen ergreifen, um solche Prozesse zu stoppen. Viele Stiergeborene zieht es zurzeit ganz dringend in die Ferne und ihr wollt verreisen und braucht einen Tapetenwechsel. Bitte denkt daran, alle notwendigen Vorsichtsmaßnahmen einzuhalten, denn der Mars in Haus 12 kann auch Infektionen anzeigen. Aber abgesehen davon sieht euer Horoskop eigentlich robust und positiv aus. Wenn ihr also auf euch acht gebt, steht einem angenehmen Urlaub nichts im Wege. Rund um den Vollmond am 3. August kann die Uranusaktivierung allerdings zu Überraschungen und Planänderungen führen. Das Geschenk der Liebe, nämlich die Verbindung von Venus und Mondknoten, wird ja auch zu Vollmond exakt. Und da denke ich schon, dass das für Solostiere die Chancen erhöht, jemand Tolles kennenzulernen. Am 5. August wechselt der Merkur in den Löwen und aktiviert zusammen mit der Sonne euren Heimatbereich. Das spricht dafür, dass auch diejenigen, die zu Hause Urlaub machen oder am Arbeiten sind, sich vor Ort recht wohlfühlen und Spaß daran haben, sich zum Beispiel um den Garten zu kümmern. Und es ist auch eine gute Konstellation für erfolgreiche Tätigkeit im Homeoffice. Am 7. August geht die Venus nach vier Monaten aus den Zwillingen in den Krebs und steht dann für die nächsten vier Wochen sehr günstig zum Stierzeichen. Das fördert eure Sozialkontakte auch in eurem unmittelbaren Umfeld und ist gut für nette Nachbarschaft. Und wenn ihr Geschwister habt, steht der Kontakt zu ihnen nun unter besonders schönen Sternen. Schöne Liebesüberraschungen und unerwartete nette Begegnungen ergeben sich vor allem vom 14. bis zum 18. August. Dann bildet die Venus einen prickelnden Aspekt zum Uranus. Und das ist auch gut, um Schnäppchen zu machen und es ist sogar ein günstiger Lottoaspekt. Am 19. August ist der Neumond im Löwen. Er fällt für das Stierkollektiv in den Bereich der Heimat und des privaten Refugiums. Und das bedeutet, Familienangelegenheiten bekommen dann gute Impulse, zum Beispiel für ein Treffen oder eine Entscheidung für einen Neuanfang. Ist auch ein günstiger Aspekt, falls ihr mit Immobilien zu tun habt und da etwas Neues starten wollt. Am 20. August zieht dann der Merkur weiter in die Jungfrau und die Sonne wechselt dieses Jahr am 22. August in die Jungfrau. Beide stehen dann für die kommenden Wochen günstig für euch. Sie machen euch kreativ und die Sonne bildet einen super Aspekt zum Uranus in eurem Zeichen. Das bedeutet, dass die Unruhe und der Wunsch in eurem Leben Neues zu gestalten, sich dann gut und harmonisch integrieren lassen. Und mit den Planeten im Steinbock könnt ihr auch tatsächlich Neues in eurem Leben manifestieren. Außerdem ist die Sonne im fünften Haus der Erotik und Lebensfreude auch immer günstig, um schöne Kuschelstunden zu verleben, falls ihr einen Liebespartner habt. Bis Mitte September solltet ihr diese wirklich sehr inspirierenden Aspekte mitnehmen und die Gunst der Sterne nutzen, sei es für euer Business oder für private Herzensprojekte. Hallo, ihr fabelhaften Zwillingegeborenen und Zwillinge-Ascendenten. Für euch stehen in diesem Monat einige bedeutende Energiewechsel an. Der Monat beginnt mit sehr günstigen Aspekten. Ihr gehört zu den Glücklichen, für die der Marstransit sich in einem verträglichen Aspekt abspielt. Und jetzt steht auch noch die Sonne im Löwen. Das ist alles sehr positiv für euch. Gleich der Vollmond am 3. August hat etwas sehr Inspirierendes. Wenn ihr also nicht schlafen könnt, lasst die Gedanken fließen und legt euch einen Notizblock ans Bett. Euch fällt bestimmt etwas Tolles ein. Diejenigen von euch, die es geschafft haben, in den Urlaub zu reisen und sich ein Plätzchen an der Sonne zu ergattern, werden die Tage und Nächte rund um diesen Vollmond bestimmt in vollen Zügen genießen. Zeitgleich haben wir auch das kosmische Liebesgeschenk mit Venus- und Mondknoten. Für Solo-Zwillinge ist das eine tolle Gelegenheit, jemand ganz Besonderes kennenzulernen. Und für fest liierte Zwillinge ist es vielleicht die Ankunft eines Kindes oder Enkelkindes. Allerdings habt ihr in euren Beziehungen teilweise auch ernste Themen. Zum Beispiel, weil der Partner eine Krise durchläuft. Wenn das auf euch zutrifft, dann habt ihr jetzt die Gelegenheit, eurem Schatz zu zeigen, dass ihr zu ihm oder ihr steht und dass ihr Herausforderungen gemeinsam meistern könnt. Das vertieft und festigt eure Bindung. Am 5. August zieht der Merkur weiter in den Löwen und steht dann bis zum 20. super günstig für euch. Das bringt viele gedankliche Anregungen und ist auch förderlich für Aussprachen und zum Pläne machen. Und falls ihr nicht im Urlaub seid, ist es beruflich eine produktive und einfallsreiche Zeit. Am 7. August kommt eine größere Veränderung. Dann wird nämlich die Venus, die sich ja über vier Monate in eurem Zeichen aufgehalten hat, in den Krebs weiterziehen. Dann kommt vermutlich erst mal etwas mehr Ruhe in euer Beziehungsleben. Jedenfalls bei denjenigen Zwillingen, die in den letzten Monaten ein chaotisches Auf und aberlebt haben. Die Venus ist dann durch mit den ganzen Aspekten zum Illusions- und Romantikplaneten Neptun. In den folgenden vier Wochen wird es nun wahrscheinlich zu einigen Neubewertungen kommen. In Beziehungen erkennt ihr, was funktioniert und wo ihr euch getäuscht habt. Und finanziell stellt sich heraus, was gewinnbringend ist und was reine Spekulation bleibt. Wenn es in dieser Hinsicht etwas zu klären gibt, ob nun in der Liebe oder mit eurem Bankberater, dann nehmt das möglichst in der Zeit bis zum 20. August in Angriff. Da sind die Venus-Aspekte am besten. Zwischen dem 14. und dem 18. August könnt ihr mit günstigen finanziellen Überraschungen oder einer Zuwendung von unerwarteter Seite rechnen. Am 19. August ist dann der Neumond im Löwen. Der steht super günstig zur Zwillinge-Sonne. Das kann der Auftakt für ein gutes Teamprojekt werden, in dem ihr mit Teamkollegen oder auch einer Gruppe von Gleichgesinnten oder bei einem Webinar gemeinsam gute Ergebnisse erzielen könnt. Deswegen überlegt doch mal, ob ihr vielleicht zu diesem Neumond ein interessantes neues Projekt starten möchtet. Mars, Lilith und auch Chiron stehen beim Zwillinge-Kollektiv im Haus der Freunde. Das bedeutet, es kommen neue Impulse aus eurem Freundeskreis. Vielleicht lernt ihr auch ziemlich außergewöhnliche Menschen kennen, mit denen ihr euch gerne anfreunden wollt. Der Mars kann aber auch Konflikte mit Freunden anzeigen, aber das wird dann dadurch gemildert, dass er im Widder einfach günstig zu euch steht. Also wenn man sich zusammenrauft, kann man tatsächlich eine Menge auf die Beine stellen. Allerdings kann es Konflikte zwischen Gruppenaktivitäten und euren festen Partnerschaften geben. Vielleicht habt ihr auch Freunde, die sich nicht mit eurem festen Schatz vertragen. Oder ihr fangt ein neues berufliches Projekt an, das nicht mit euren bestehenden festen Verträgen und Bindungen zusammenpasst. Mögliche Komplikationen solltet ihr ordnen und klären, da sie sonst zu längerfristigen Unstimmigkeiten führen können. Am 20. August wechselt der Merkur in die Jungfrau und am 22. dann auch die Sonne und beide aktivieren beim Zwillinge-Kollektiv den Bereich des Privatlebens und der Familie. Bis Ende des Monats habt ihr dann angenehme Aspekte für euer Familienleben. Durchaus möglich, dass ihr Lust bekommt, in eurem Heim etwas zu verändern und neu zu gestalten und dabei einträchtig mit euren Liebsten zusammenarbeitet. Beruflich können sich in dieser Zeit unklare Situationen ergeben, zum Beispiel weil es widersprüchliche Vorgaben aus der Chefetage gibt. Falls ihr Vertragspartner habt, könnt ihr gegebenenfalls mit denen mal über die Situation sprechen und gute Impulse bekommen. Und für Zwillinge in fester Beziehung zeigt sich dann, wie wertvoll euer Zusammenhalt ist, denn euer Partner kann nun viel zur Unterstützung und Klärung beitragen. Hallo meine lieben Krebsgeborenen und Krebs-Ascendenten. Für euch beginnt nun eine liebevolle und romantische Phase, in der die teilweise doch recht harschen Aspekte von den Steinbockplaneten und Mars im Widder deutlich abgemildert werden. Nun tritt das Schöne und Verbindende wieder mehr zu Tage. Nicht erschrecken, falls es in den ersten Tagen des Monats, also rund um den Vollmond am 3. August, zu unerwarteten Planänderungen seitens eurer Freunde oder eures Netzwerks kommt. Noch bis zur Monatsmitte seid ihr etwas empfindlich, wenn man sich nicht an Abmachungen mit euch hält. Das geht euch schnell aufs Selbstwertgefühl. Aber das ist bestimmt nicht persönlich gemeint und am Ende werdet ihr wahrscheinlich gemeinsam drüber lachen können. Eine wichtige und erfreuliche Entwicklung ist, dass die Venus ab dem 7. August abends in euer Zeichen wandert. Sie hatte sich nämlich für die letzten vier Monate für euch ein bisschen versteckt und dadurch kamen Liebesangelegenheiten teilweise zum Erliegen. Das gilt ganz besonders für die Krebsaszendenten unter euch. Wenn ihr also in den letzten vier Monaten den Eindruck hattet, dass in der Liebe nicht so viel los war, dann sollte sich das in den kommenden Wochen endlich wieder zum Besseren ändern. Ihr habt nun wieder unmittelbaren Zugang zu den Kräften der Liebesgöttin und das wird sich bestimmt positiv auf eure Beziehungen auswirken. Sei es, dass ihr in eurer festen Beziehung wieder mehr Innigkeit und Zuwendung erlebt oder sei es, dass sich für die Singles unter euch wieder mehr Kontaktmöglichkeiten ergeben. Falls eine Liebe sich mehr innerlich und in der Stille abgespielt hat, wird sie nun vielleicht konkreter und körperlich spürbar. Auch finanziell wird sich da nun eine erfreuliche Entwicklung in Gang setzen und falls ihr Verluste hattet, zum Beispiel durch die Corona-Krise, dürft ihr in den nächsten Monaten wieder mit mehr Einnahmen rechnen. Weiterhin herausfordernd für euch stehen die Planeten im Widder. Da befinden sich ja Mars, Lilith und Chiron. Für das Krebskollektiv ist das im Karrierebereich. Deshalb herrscht dort einige Unruhe. Möglich, dass ihr den Drang verspürt, euch einzusetzen und durchzusetzen und etwas zu erreichen. Möglich aber auch, dass ihr Konkurrenzsituationen erlebt, sowohl mit Männern als auch mit Frauen und da müsst ihr jetzt starke Nerven beweisen. Zum Glück bekommen die Planeten im Widder günstige Impulse von der Löwesonne und die aktiviert den Finanzbereich. Das heißt, ihr könnt jetzt beruflich einiges reißen und damit auch finanziell erfolgreich sein. Aber eben auf Marsart und daher müsst ihr gegebenenfalls bereit sein, mit Widerständen fertig zu werden. Andererseits verhilft euch die Venus dazu, freundlich aufzutreten und eure Forderungen oder Ideen mit Charme und Diplomatie vorzubringen. Mein Tipp wäre also, wenn ihr nicht gerade Urlaub macht, den August beherzt für euer Fortkommen auszunutzen. Dabei sind die Top-Tage vom 14. bis 18. August. Nehmt euren Mut zusammen und bringt euch ein, denn dieses ist eine der besseren Marsphasen während des Marstransits durch den Widder. Für weitere Infos könnt ihr euch bitte auch noch mal das Video über den Mars im Widder anschauen. Die Konfliktaspekte von Mars verweisen in euer Partnerhaus. Es kann also durchaus sein, dass ihr entweder mit beruflichen Partnern zu tun habt, die jetzt opponieren oder dass euer fester Partner sich kritisch zeigt und euch nicht unterstützen will oder kann. Da müsst ihr dann entscheiden, was euch wichtig ist und gegebenenfalls mit dem Partner ganz klare Absprachen treffen. Zum Beispiel, dass er euch den Rücken frei hält, damit ihr euch beruflich einsetzen könnt. Für die Beziehung könnt ihr dagegen am besten was tun, indem ihr mit eurem Schatz zusammen Urlaub macht. Am besten mit einer kleinen Reise an ein Gewässer, denn dann profitiert ihr von dem Romantikaspekt zwischen Neptun und Jupiter. Wie gesagt, da müsst ihr gegebenenfalls eine klare Entscheidung treffen. Am 19. August ist der Neumond im Löwen und der betont das Wertethema in eurem Leben. Dabei geht es vor allem um euer Selbstwertgefühl, eure Besitztümer und in zweiter Instanz durchaus auch um eure Karriere. Der Neumond könnte ein Auftakt für ein vielversprechendes neues Berufsprojekt werden, das auch finanziell einige Chancen verspricht. Es kann aber auch ein Herzensprojekt sein, das eurer Persönlichkeitsentwicklung dient. Und im Idealfall könnt ihr sogar beides miteinander verbinden. Falls es darüber wirklich zu Spannungen in euren Partnerschaften oder Beziehungen kommt, sollte sich das dann ab dem 20. August bessern. Dann geht nämlich der Merkur in die Jungfrau und am 22. August auch die Sonne. Beide stehen dann für die kommenden Wochen günstig zur Krebssonne und fördern gute Gespräche und neue Pläne. Beziehungsfragen lassen sich dann bis zur ersten Septemberwoche gut klären. Keine Angst, wenn Spannungen oder schwierige Themen aufkommen, die lassen sich konstruktiv besprechen und ihr könnt Lösungen finden. Hallo, ihr fabelhaften Löwegeborenen und Löwe-Ascendenten und herzlichen Glückwunsch, wenn ihr jetzt im August Geburtstag habt. Ihr habt wirklich Glück, denn im August sind die Aspekte für euch besonders günstig und die Geburtstagskinder profitieren dann in ihrem neuen Lebensjahr von diesen Konstellationen. Wenn ihr gleich am ersten Wochenende des Monats euren Geburtstag feiert, müsst ihr allerdings damit rechnen, dass es zu ein paar überraschenden Planänderungen kommt, denn die Löwe-Sonne aktiviert in diesen Tagen die Energie von Veränderungsplanet Uranus mit Höhepunkt zum Vollmond am 3. August. Der Mond steht dann im Wassermann und aktiviert euer Partnerhaus und das bedeutet für die Single-Löwen, dass sie die besten Flirtchancen haben. Aber auch gebundene Löwen haben freundliche Liebessterne und bekommen sanfte Unterstützung vom Partner. Das kosmische Liebesgeschenk mit Venus und Mondknoten wird ebenfalls zu Vollmond aktiviert und steht besonders günstig für euch. Ob ihr nun einen neuen Flirt anfangt oder einfach nur interessante neue Leute kennenlernt, die vielleicht von anderen ganz überraschend zu eurer Geburtstagsparty mitgebracht werden, ihr könnt jetzt Menschen kennenlernen, die sich für euer weiteres Leben als wichtig und förderlich erweisen. Am 5. August geht auch der Merkur in den Löwen und verstärkt eure Ausstrahlung und Überzeugungskraft. Falls ihr nicht gerade im Urlaub faulenzt und das Leben genießt, ist die Zeit ab dem 5. August auch günstig, um beruflich voranzukommen oder sich fortzubilden, zum Beispiel in interessanten Webinaren. Am 7. August spätabends wird die Venus ins Zeichen Krebs laufen. Es kann sein, dass es danach in der Liebe ein bisschen ruhiger wird oder sich Liebesangelegenheiten mehr innerlich abspielen, besonders wenn ihr auch Aszendent-Löwe seid. Ansonsten kommt es natürlich sehr auf euren individuellen Aszendenten an, wie die Venus dann auf euch wirkt. Aber für das Löwe-Kollektiv zieht sie sich ins versteckte 12. Haus zurück. Andererseits werden Mars, Lilith und Uranus dafür sorgen, dass die Aufregungen nicht abreißen und das schließt auch die Möglichkeit für eine heiße Liebesaffäre mit ein. Vor allem, wenn ihr Urlaub macht und verreist, seid ihr geneigt, einen Urlaubsflirt anzufangen. Wenn ihr zwischen dem 8. und dem 11. August Geburtstag feiert, kann es auch nochmal sein, dass eure Pläne durchkreuzt werden oder sich überraschende Situationen ergeben. Möglich auch, dass ihr plötzlich gebeten werdet, in eurem Job einzuspringen oder ihr müsst eine wichtige Entscheidung treffen. Vielleicht ergibt sich sogar eine besondere berufliche Chance. Vor allem ab dem 14. August habt ihr für den Rest des Monats immer wieder gute Konstellationen für berufliche Entscheidungen und Entwicklungen. Gegebenenfalls müsst ihr allerdings spontan sein und eure Chancen direkt ergreifen. Möglich auch, dass ihr schon vor Zeiten etwas angeleiert habt und nun ergibt sich plötzlich die Möglichkeit, dahingehend aktiv zu werden und ihr müsst dafür sofort alles stehen und liegen lassen. Deshalb checkt auch mal im Urlaub ab und zu eure Mails und geht ans Telefon, wenn jemand anruft, der beruflich wichtig ist. Das gilt vor allem für die Geborenen der ersten Dekade. Wenn ihr in der dritten Dekade Geburtstag habt, zeigen die Planeten im Steinbock längerfristige Situationen an, in denen ihr euch unter Druck gesetzt fühlt oder nervige und störrische Kollegen euch das Leben schwer machen. Oder es sind mühsame Anpassungsprozesse bei euren Arbeitsabläufen notwendig. Da versprechen die Sterne dann ab dem 20. August Besserung und es wäre ideal, wenn ihr vorher noch Urlaub hättet. Am 19. August haben wir den für euch wichtigsten Neumond des Jahres im Löwen. Er aktiviert euer Sternzeichen und da solltet ihr Pläne für die nächsten vier Wochen und auch für euer neues Liebensjahr machen. Es ist ein aktiver Neumond, der zum Handeln auffordert und den Start neuer Projekte begünstigt. Am 20. August geht der Merkur in die Jungfrau und am 22. August um 17.45 Uhr verlässt die Sonne euer Zeichen und zieht weiter in die Jungfrau. Beide aktivieren dann in den kommenden Wochen eure finanzielle und berufliche Entwicklung und zwar in positiver Weise. Gut möglich, dass sich dann ein lukratives Projekt ergibt. Und für Löwen in Festanstellung sind das dann zehn Tage bis Ende des Monats, in denen schwierige Abläufe wieder in Gang kommen und man sich mit den Kollegen besser einigen kann. Wenn ihr gesundheitliche Probleme habt, ist dieses letzte Monatsdrittel auch ausgezeichnet geeignet, um euch darum zu kümmern. Falls mal ein dringender Arztbesuch ansteht, das könnte ein Zahnarztbesuch sein, macht doch jetzt schon mal einen Termin für die Zeit Ende August. Das bringt dann wirklich was. Hallo, ihr fabelhaften Jungfraugeborenen und Jungfrau-Ascendenten und herzlichen Glückwunsch, wenn ihr jetzt im August Geburtstag habt. Für euch scheint sich der kosmische Romantikaspekt zwischen Jupiter und Neptun besonders günstig auszuwirken. Neptun steht ja schon lange in eurem Partnerhaus und verheißt verträumte Begegnungen und Jupiter bringt da jetzt eine Energie von Wohlwollen und Unterstützung mit rein. Und trotz romantischer Gefühle könnt ihr klare und nachhaltige Entscheidungen treffen. Viele Jungfraugeborene profitieren außerdem auch von günstigen Aspekten des Uranus, der sie originell und wagemutig macht. Besonders schön sind die Konstellationen für frisch verliebte Jungfrauen oder Singles, die noch auf der Suche sind. Denn die Chancen sind hoch, dass ihr eine schöne Romanze beginnt. Günstig sind die Sterne auch für alle Jungfraugeborenen, die ein selbstbestimmtes Leben führen können und niemandem Rechenschaft schuldig sind. Wenn ihr fest liiert seid, sieht es dagegen nach Prüfungssituationen aus. Ich habe ja schon öfter beschrieben, dass da Konflikte angezeigt sind zwischen euren persönlichen Wünschen und Herzensprojekten und den Bedürfnissen und Anforderungen der festen Beziehung. Wenn eure festen Partner bisher immer gewohnt waren, dass ihr euch um alles gekümmert habt und immer für sie da wart, kann es nun darum Auseinandersetzungen geben, denn ihr wollt lieber euer eigenes Ding durchziehen. Ähnliches gilt auch für alteingesessene Geschäfts- oder Finanzpartnerschaften. Vielleicht möchtet ihr ja Geld aus einem solchen Vertrag herausziehen, um in ein persönliches Projekt zu investieren und stoßt dabei auf Widerstand. Möglich ist aber auch, dass es zwischen euch und euren festen Partnern darum geht, wer wie viel Freiraum braucht und bekommt. Die Maßaspekte der kommenden Monate zeigen, dass es wichtig ist, gute Kompromisse zu finden, die euch ermöglichen, Zeit für euch selbst und eure eigenen Projekte zu haben. Nicht erschrecken, wenn ihr statt auf Verständnis eher auf Widerstand stoßt. Wenn ihr entschlossen seid und euch nicht einschüchtern lasst, werdet ihr auch bekommen, was ihr wollt. Das lässt sich alles organisieren. Bis zum 20. August raten euch die Sterne aber, noch mal verstärkt auf euren Partner einzugehen und eure Bindung zu vertiefen, am besten in einem gemeinsamen Urlaub oder bei einer schönen Unternehmung, die gemeinsame Erinnerungen schafft. Danach bekommt ihr einen kosmischen Schub für eure eigenen Angelegenheiten. Der Vollmond am 3. August ist gut für ein spirituelles Ritual, falls ihr Eingebungen und Erkenntnisse braucht. Das kosmische Liebesgeschenk mit Venus und Mondknoten fällt bei euch ins Karrierehaus. Ihr könnt in der ersten Woche des Monats wichtige Menschen kennenlernen, die für euch Karriere-Türen öffnen. Oder ihr verliebt euch in jemanden, mit dem ihr geschäftlich zu tun habt. Am 7. August abends wandert die Venus in den Krebs und steht dann bis Anfang September sehr günstig für euch. Es wird euch dann leicht fallen, Unterstützung für eure Vorhaben zu finden, vor allem seitens eurer Freunde und eures beruflichen Netzwerks. Zwischen dem 14. und dem 18. August bahnen sich da günstige Gelegenheiten an, die euch auch finanziell voranbringen. Am 19. August ist der Neumond im Löwen und das ist beim Jungfrau-Kollektiv der spirituelle Bereich des Horoskops. Das ist wirklich eine schöne Konstellation, um in der Stille oder in der Meditation auf Lösungen für die wichtigen Fragen zu kommen, die euch jetzt beschäftigen. Am 20. August geht der Merkur in die Jungfrau und dann beginnt für euch eine sehr gute Phase, in der ihr Klarheit habt und euren Zielen näher kommen könnt. Am 22. August um 17.45 Uhr geht die Sonne in euer Zeichen Jungfrau. Das ist dieses Jahr etwas eher als sonst, weil wir ein Schaltjahr haben. Die Sterne aktivieren dann für die kommenden vier Wochen eure Vitalität und Lebensfreude und stärken euch den Rücken, eure Pläne und Ziele wieder stärker in den Fokus zu rücken. Nutzt dann die Zeit bis zum 6. September, um Vereinbarungen zu treffen, wichtige Abschlüsse zu machen oder auch um einen Vertrag zu unterzeichnen. Dabei solltet ihr euer eigenes Fortkommen und eure persönlichen Projekte im Auge behalten und gegebenenfalls müsst ihr euch auch mal gegen die Ansprüche eures festen Partners durchsetzen. Und wenn es um finanzielle Vertragsangelegenheiten geht, müsst ihr entsprechend auf eure Rechte pochen, falls ihr mehr Mittel für euch selbst braucht. Möglicherweise muss auch mal ein Vertrag gekündigt werden, wenn er euch zu sehr einschränkt. Die Topzeit ist für euch vom 20. August bis zum 6. September. Da wird man euch Zuständnisse machen und ihr könnt auch originelle Lösungen finden. Wichtig ist, dass ihr alles, was ihr erreicht, schriftlich festhaltet und absichert. Hallo, ihr charmanten Vagegeborenen und Vage-Ascendenten. Wie geht's euch denn so mit dem Mars-Transit? Spürt ihr seine Auswirkungen schon? Der Mars wird ja nun bis Jahresende euer kosmisches und bei den Vage-Ascendenten auch das tatsächliche Partnerhaus aktivieren. Und er zeigt Konflikte und Auseinandersetzungen in Begegnungen an. Entweder mit euren Beziehungspartnern oder Menschen aus eurem Umfeld oder ihr trefft neue Leute, die euch herausfordern. Auf jeden Fall wird euch der Mars aus der Komfortzone der Freundlichkeit und Harmonie herauslocken. Irgendwie scheint es jeder auf einer Auseinandersetzung mit euch abgesehen zu haben. Im besten Fall kann das neue Flirts mit sich bringen nach dem Motto, was sich liebt, das neckt sich. Auch heiße Affären sind denkbar, die euer Leben aufwirbeln. Im ungünstigen Fall kennt ihr euch gar nicht mehr selbst wieder, da ihr euch nun öfter in lautstarken Auseinandersetzungen engagiert, obwohl das überhaupt nicht auf eurer Linie liegt. Solche Konflikte können sich übrigens auch im Kreis der Familie ergeben. Zum Beispiel, wenn ihr den Eindruck habt, zwischen verschiedenen Seiten vermitteln zu müssen und dadurch viel Druck auf euch lastet. Denn die versammelte Planetenmannschaft im Steinbock verweist bei euch auf den privaten Bereich und die Familie. Möglich auch, dass ein älteres Familienmitglied eure Hilfe braucht und ihr von allen Seiten gefordert seid. Ihr habt ja nicht nur den Mars, sondern auch noch Lilith und Chiron im Frontalaspekt zu euch stehen und das sind anspruchsvolle Energien, die man nicht unter den Teppich kehren kann. Denkbar sind deshalb auch private oder berufliche Konkurrenzsituationen. Am besten, ihr seht es als Lernaufgabe, Profil zu entwickeln, Entscheidungen zu treffen und dann auch dazu zu stehen. Das darf gerne mit Diplomatie und Charme sein, aber es wäre schon gut, wenn ihr eine klare Position hättet. Jetzt im August haben wir erst mal drei Wochen, in denen die Löwesonne günstig zu euch steht und mögliche Herausforderungen durchaus auch etwas Spannendes und Prickelndes haben und womöglich auch öfter mal in einer Flirtsituation enden. Wenn ihr in festen Partnerschaften lebt, empfehle ich euch sehr, mit euren Liebsten aktiv Aufgaben in Angriff zu nehmen. Besser ihr kämpft Seite an Seite für eine Sache, von der ihr überzeugt seid, als dass ihr gegeneinander kämpft. Auch zusammen Sport treiben oder ein gemeinsames Abenteuer im Urlaub wären ideal, um diese Energien günstig zu kanalisieren. Viel Sex und Erotik sind ebenfalls eine gute Option für alle Wagen, die einen Liebespartner haben. Der Vollmond am 3. August mit dem kosmischen Liebesgeschenk von Venus und Mondknoten steht günstig zu euch und das heißt Einladungen und die Möglichkeit, Leute kennenzulernen, bekommt ihr. Es ist auch eine schöne Konstellation für den Beginn einer Urlaubsliebe, aus der sogar mehr werden kann. Ein Schlüssel zur Lebensfreude sind eure Freundschaften, die von der Löwesonne und ab dem 5. August auch vom Merkur im Löwen aktiviert werden. Es sieht so aus, als können euch gute Freunde auch dabei helfen, Beziehungsprobleme zu erörtern oder sogar helfend eingreifen. Wenn ihr einen gemeinsamen Freundeskreis habt, also mit eurem Schatz, kann der euch als Paar stärken und besänftigen. Möglich aber auch, dass aus einer Freundschaft ein Flirt wird. Ab dem 7. August abends zieht die Venus weiter ins Zeichen Krebs. Durchaus möglich, dass sich dann für euch günstige berufliche Chancen ergeben, wenn ihr nicht gerade in Urlaub seid. Die besten Zeiten sind dahingehend zwischen dem 14. und dem 18. August. Da kann sich ganz plötzlich eine Chance auf einen lukrativen Vertrag ergeben oder ihr könnt eine finanziell vorteilhafte berufliche Entscheidung treffen. Am 19. August ist der Neumond im Löwen und er steht sehr günstig für eure Freundschaften und euer berufliches Netzwerk. In ihm stecken gute Ideen, um neue Projekte zu starten. Es kann durchaus sein, dass es Leute gibt, die euch mitreißen oder überreden wollen oder geradezu bestürmen, mit ihnen etwas Neues zu beginnen. Da müsst ihr dann überlegen, ob ihr euch darauf einlassen wollt und wenn ja, dann solltet ihr auch dazu stehen können. Und eventuell möchte eure Familie da auch noch ein Wörtchen mitreden. Am 20. August wechselt der Merkur in die Jungfrau und am 22. August am späten Nachmittag dann auch die Sonne und beide aktivieren in den Wochen darauf beim Waage-Kollektiv das 12. Haus der Spiritualität. Gut möglich, dass ihr euch dann nach einem bis dahin turbulenten Monat gerne mal ein wenig zurückzieht, um wieder in eure Mitte zu kommen. Und wenn ihr merkt, dass ihr drauf und dran seid, die Geduld zu verlieren und auszurasten, kann euch die neue 90-Sekunden-Regel helfen. Alles darüber findet ihr in meinem Beitrag über den Mars im Wetter. In der letzten Augustwoche sieht es nach Harmonie am Arbeitsplatz aus und ihr seid womöglich froh, wenn ihr ins Büro gehen und vor den Ansprüchen der Familie mal die Tür zumachen könnt. Die Tage ab dem 25. August sind auch sehr günstig, um etwas für eure Gesundheit und Wellness zu tun. Hallo, ihr fabelhaften Skorpiongeborenen und Skorpion-Aszendenten. Wie stark spürt ihr denn zurzeit den Einfluss von Unruhe Planet Uranus in eurem Leben? Vielleicht in euren Beziehungen oder Geschäftspartnerschaften? Er steht ja beim Skorpion-Kollektiv im Partnerhaus und bildet auch einen Frontalaspekt zu euch. Wenn ihr von einer Unruhe erfasst seid oder vielleicht auch durch andere Menschen neue Projekte und Veränderungen in euer Leben getragen werden, dann ist das jetzt ganz normal. Und der Monatswechsel und der Vollmond am 3. August aktivieren die Kräfte von Uranus ganz stark. Wundert euch also nicht, wenn ihr zu Vollmond nicht schlafen könnt und alle möglichen heißen Gedanken hegt. Möglich aber auch, dass es bei Plänen mit anderen zu Änderungen und Überraschungen kommt. Diese Tendenzen werden dann auch noch mal von Merkur verstärkt, der am 5. August in den Löwen geht. Und das heißt, rechnet mal bis zur Monatsmitte mit einigen Aufregungen und auch damit, dass eure Pläne durchkreuzt werden. Davon abgesehen stehen aber viele Planeten günstig für euch. Besonders für die November-Skorpione gibt es viele angenehme Einflüsse, darunter auch den besonderen Romantikaspekt zwischen Jupiter und Neptun. Der steht wirklich sehr schön für euch. Das andere Liebesgeschenk des Kosmos, die Verbindung von Venus und Mondknoten, fällt bei euch in den Bereich der festen Partnerschaften. Gut möglich, dass ihr als Paar interessante neue Leute kennenlernt oder dass ihr mit eurer Beziehung neue Dimensionen von Tiefe und Verbindlichkeit erreicht. Das gilt besonders in der ersten Augustwoche. Ab dem 7. August abends wechselt die Venus ins Zeichen Krebs und bildet dann bis Anfang September einen sehr schönen Aspekt für euch, der genüssliche Zeiten im Urlaub verspricht. Falls ihr also unterwegs seid, dürft ihr mit angenehmen Erfahrungen und netten Begegnungen rechnen. Auch ein Urlaubsflirt ist möglich. Doch auch hier gilt, dass bis zur Monatsmitte überraschende Wendungen oder auch Planänderungen eure Verabredungen durchkreuzen können. Dann nicht aufgeben, denn die Tage vom 14. bis 18. August sind fantastisch für die Liebe. Für Soloskorpione, die noch auf der Suche sind, kann dann der Liebesblitz einschlagen. Beruflich ist der Monat auch recht ergiebig, wenn ihr das wollt und nicht gerade im Urlaub seid. Denn die Planeten aktivieren beim Skorpion-Kollektiv das Karrierehaus und auch den Bürobereich. Dort im 6. Haus stehen Mars und Lilith, die einige Unruhe und auch nervige Szenen mit Kolleginnen und Kollegen mit sich bringen können. Doch in den ersten drei Augustwochen kann man sich gut zusammenraufen und Ergebnisse erzielen. In diese Richtung geht auch der Neumond am 19. August im Löwen. Gut möglich, dass ihr dann ein neues berufliches Projekt startet oder zumindest darüber nachdenkt. Und dann würden auch alle ziemlich gut an einem Strang ziehen. Dabei ist Handeln Trumpf, nicht diskutieren und Bedenken wälzen. Das würde nämlich den guten Schwung wieder blockieren. Am 20. August wechselt Merkur in die Jungfrau und am 22. spätnachmittags dann auch die Sonne. Das ist der Beginn des Zeichens Jungfrau. Beide Gestirne stehen in den kommenden Wochen sehr günstig zur Skorpionsonne. Und das heißt, wenn ihr zu Neumond neue Berufspläne gemacht habt, könnt ihr euch dran begeben, die erfolgreich umzusetzen. Die letzten zehn Tage im August verheißen auch interessante neue Geschäftskontakte und gute Impulse für euer berufliches Netzwerk. Auch falls ihr als Coaches oder Seminarleiter Covid-bedingt auf Zoom-Meetings und Webinarplattformen umgestiegen seid, könnt ihr dann Erfolge damit feiern. Gleichzeitig sind die Tendenzen in der letzten Augustwoche auch sehr romantisch und versprechen kuschelige Stunden, falls ihr einen Liebespartner habt. Auch der gemeinsame Genuss von Kunst und Kultur steht dann unter guten Sternen, soweit das momentan möglich ist. Und bei den Singles unter euch aktiviert die Sonne dann positiv den Uranus. Das heißt, da steigen erneut die Chancen, eine neue Liebe anzufangen. Vielleicht ist es jemand, den euch eure Freunde vorstellen oder aber ihr verbindet Freundschaft und Liebe. Auf jeden Fall sind das sehr prickelnde Tendenzen. Außerdem kann es gut sein, dass ihr als Vermittler und in therapeutischen Gesprächen besonders einfühlsam und erfolgreich seid. Wenn euch also Freunde um Hilfe bitten, lasst euch da ruhig drauf ein. Das wird für alle Seiten eine Win-Win-Situation. Und diese gute Phase hält an bis zum 6. September. Hallo, ihr fabelhaften Schützegeborenen und Schütze-Ascendenten. Ich denke, ihr gehört zu den Gewinnern bei den Konstellationen. Zumindest die ersten drei Wochen dürften euch im August richtig Spaß machen, denn die Sonne im Löwen und der Mars im Widder bilden günstige Aspekte zur Schützesonne. Also los! Werdet aktiv und nehmt Sachen in Angriff, die Schwung und körperlichen Einsatz erfordern. Am besten an der frischen Luft. Das kann im Urlaub sein oder ihr fahrt mit dem Fahrrad zur Arbeit oder ihr nehmt endlich eine Renovierungsarbeit in Angriff. Auch Sex und Erotik stehen unter sehr guten Sternen, falls ihr einen Liebespartner habt. Und wenn nicht, dann kann sich das ändern. Ihr seid diejenigen, die mit am meisten von dem kosmischen Liebesgeschenk zu Vollmond am 3. August profitieren. Und da nochmal ganz besonders die Schützen der dritten Dekade. Und für die Schütze-Ascendenten fällt dieses kosmische Geschenk ins Partnerhaus. Macht euch also sichtbar oder datet im Internet. Die allerbeste Zeit ist in der ersten Augustwoche, aber auch der Rest des Monats ist verheißungsvoll. Es kann sich auch eine ganz prickelnde Affäre anbahnen, von der vielleicht nicht so sicher ist, ob eine langfristige Beziehung draus wird. Doch aufregend ist es auf jeden Fall. Am 5. August geht auch der Merkur in den Löwen und aktiviert dann zusammen mit der Sonne euer Fernweh und eure Lust aufs Reisen. Auch wenn aufgrund der Covid-Beschränkungen sicher nicht alles möglich ist, was ihr euch wünscht, solltet ihr nicht zu Hause sitzen bleiben. Man könnte ja zum Beispiel in der eigenen Umgebung mal wandern gehen. Da gibt es bestimmt auch viel zu entdecken. Am 7. August spätabends zieht die Venus nach vier Monaten in den Zwillingen weiter in den Krebs und verabschiedet sich damit aus eurem Partnerhaus. Aber der Mondknoten wird dort noch die nächsten eineinhalb Jahre bleiben und während der gesamten Zeit ist eure Chance erhöht, tolle neue Leute kennenzulernen und sogar auch einen Seelenpartner zu finden. Die guten Nachrichten kommen also aus dem Bereich Lebensfreude, Abenteuer, Liebe und Sport, also eure Lieblingsthemen. Und deswegen solltet ihr euch aufs Genießen konzentrieren. Vielleicht gibt es ja auch Freunde und Bekannte, die ihr mit eurer guten Laune anstecken und mitreisen könnt. Auch für die festliierten Schützen sind die Tendenzen überwiegend positiv. Sie dürfen sich nur nicht mit ihrem Schatz übers Geld streiten. Bei Überlegungen zu gemeinsamen Anschaffungen kann es zu Neubewertungen kommen. Vielleicht macht einer von euch einen Rückzieher und der andere ist enttäuscht. Oder es stellt sich heraus, dass ihr unterschiedlicher Ansicht seid, ob und wie euer Geld für Extras reicht. Beruflich kann es zu Planänderungen und unerwarteten Anforderungen kommen. Vielleicht ruft man euch im Urlaub an und ihr sollt spontan einen Job übernehmen oder etwas in der Art. Es kann auch zu technischen Störungen an eurem Arbeitsplatz oder im neu eingerichteten Homeoffice kommen. Das vor allem in der ersten Monatshälfte. Danach beruhigt sich diese Tendenz wieder. Die Konfliktaspekte zwischen Mars und den Steinbockplaneten betreffen die Schützesonne zwar nicht direkt, aber beim Schützekollektiv verweisen sie in den Finanzbereich des Zoroskops. Da könnte es einiges zur Regel geben. Ihr solltet zum Beispiel aufpassen, dass ihr nicht für Urlaub, Hobby und Vergnügen oder auch im Zusammenhang mit einer heißen Affäre zu viel Geld ausgebt. Da steckt auch Konfliktstoff für eure festen Beziehungen drin in dieser finanziellen Frage. Vor allem gegen Ende des Monats könnte euer Schatz nicht damit einverstanden sein, welche finanziellen Prioritäten ihr setzt. Am besten ihr vereinbart ein ganz klares Budget, das ihr für euch selbst zur Verfügung habt, damit sich euer Partner nicht zurückgesetzt fühlt. Die beste Zeit für einvernehmliche Entscheidungen und auch für machbare finanzielle Extravaganzen ist zwischen dem 14. und 18. August. Da geht was. Und wenn ihr dann im Job einspringt, kann euch das einen guten Bonus bringen. Am 19. August ist der Neumond im Löwen. Der ist super günstig zum Pläne machen und um neue Kreativprojekte zu starten. Vielleicht löst er auch ein heftiges Fernweh bei euch aus und ihr träumt davon, wann die nächste große Reise möglich ist. Alternativ könntet ihr über einen schönen Kurs zur persönlichen Fortbildung nachdenken. Der kann ja auch im Internet stattfinden. Am 20. wandert der Merkur in die Jungfrau und am 22. dann auch die Sonne. Und beide aktivieren dann für vier Wochen den Karrierebereich eures Horoskops. Wenn ihr dann aus dem Urlaub zurückkehrt, habt ihr bis Ende August sehr gute Tendenzen für euer berufliches Fortkommen. Und bei den Festliierten sind die letzten Tage im August auch nochmal gut für ein inniges Einvernehmen. Besonders, wenn ihr euren Schatz bei beruflichen und finanziellen Angelegenheiten um Rat fragt und mit einbezieht. Hallo, ihr fabelhaften Steinbock-Geborenen und Steinbock-Ascendenten. Wie geht es euch denn mit dem Spannungsaspekt zwischen Mars und den Steinbock-Planeten? Also, ich bin ja Steinbock-Ascendent Krebs und ich spüre das voll, dass ich jetzt schneller gereizt bin als sonst. Ich muss auch wieder mehr die 90-Sekunden-Regel üben, die ich euch in dem Beitrag über Mars im Widder mitgegeben habe. Bei uns Steinböcken ist auch das Problem, dass wir immer darauf bestehen, wenn wir in einer Sache recht haben, dass das auch von allen abgenickt wird. Das ist aber jetzt sehr schwierig mit diesen ganzen Widderkräften, denn da gehen die Leute dann eher in den Widerstand. Wir müssen uns also jetzt in Gelassenheit üben, liebe Steinböcke. Ihr könnt mir gerne unten in den Kommentaren mal posten, wie es euch ergeht und ob ihr vielleicht ein Geheimrezept habt, um in eurer Mitte zu bleiben. Im August beginnt ja nun die Phase mit den harten Mars-Aspekten und den damit verbundenen Konflikten. Aber da gibt es einen Ausweg durch die günstige Verbindung zwischen Jupiter und Neptun und das ist ein Aspekt der Vergebung und Nachgiebigkeit und des liebevollen und großzügigen Verständnisses. Damit kommen wir im Moment weiter, als wenn wir darauf pochen, im Recht zu sein. Wenn ihr im Dezember Geburtstag habt, seid ihr möglicherweise schon durch mit den kritischen Mars-Aspekten und falls nicht noch andere Horoskopfaktoren den Einfluss empfangen, kann es für euch schon wieder ruhiger werden. Die Januar-Steinböcke haben allerdings jetzt bis Ende des Jahres mit Mars zu tun. In meiner schriftlichen Mars-Analyse könnt ihr gegebenenfalls nachlesen, ob und wie ihr betroffen seid. Jetzt im August sind alle, die den Mars-Einfluss empfangen, schon gefordert, achtsam zu bleiben, aber auch aktiv zu werden. Denn, das habe ich auch schon in meinem aktuellen Mondzyklus-Video erklärt, Mars ist eben auch eine Aufforderung zum Handeln. Und wenn man dann durchdacht und ergebnisorientiert vorgeht, kann man diese Energie noch zu etwas Positivem nutzen. Mars, Chiron und Lilith stehen für das Steinbock-Kollektiv im Bereich der Familie und des Wohnens. Also ist zu erwarten, dass einige Konflikte und Probleme aus diesem Bereich kommen. Chiron kann Probleme mit einem Krankheitsgeschehen anzeigen. Mars und Lilith dagegen verweisen auf Turbulenzen mit Söhnen und Töchtern, die ihre eigenen Wege gehen. Auch Querelen mit Mietern, Vermietern und Handwerkern sind mit diesen Sternen möglich. Falls ihr mit Partnern zusammenlebt, dürft ihr jetzt im August mit deren tatkräftiger Hilfe und Unterstützung rechnen. Scheut euch also nicht gelegentlich mal euren Schatz um Unterstützung zu bitten. Vorsicht nur, in der ersten Monatshälfte kann es zu plötzlichen Planänderungen kommen und dann solltet ihr euch bloß keine gegenseitigen Vorwürfe machen. Es ist jetzt super wichtig, dass ihr zusammenhaltet. Der Vollmond am 3. August mit dem kosmischen Liebesgeschenk aktiviert für die Steinböcke den Finanz- und Berufsbereich des Horoskops. Vielleicht ergibt sich ja für die Singles ein Flirt über eine Jobsituation. Und auch Internet- oder App-Dating im August stehen unter guten Sternen. Günstig für die Singles ist auch die Zeit ab dem 7. August. Da geht die Venus in den Krebs und aktiviert dann bis Anfang September euer Partnerhaus. Das ist sehr schön für Gelegenheiten, Leute zu treffen und sich zu verlieben. Ein besonders günstiges Zeitfenster ist zwischen dem 14. und dem 18. August. In dieser Zeit könnt ihr mit einem Flirt schneller im Bett landen als gedacht. Aber auch die Festliierten bekommen in dieser Zeit gute Energien für ihre Beziehungsfragen. Am 19. August haben wir dann den Neumond im Löwen. Da geht es darum, über die Qualität eurer festen Partnerschaft und eures Familienlebens nachzudenken und auch darüber, welche Kompromisse für euch machbar sind. Ihr habt halt eure klare Struktur und seid wahrscheinlich zu Recht der Meinung, dass ihr die Dinge am besten organisieren könnt. Trotzdem wird es nicht funktionieren, euch damit durchzusetzen. Das zeigen die Widerstandsaspekte von Mars. Deshalb müssen Kompromisse her und da kann es darum gehen, wer wie viel Freiraum bekommt, wer sich zu Hause wie einbringt und wie die Pflichten verteilt werden. Da muss man einfach immer wieder reden und ausprobieren und nicht die Geduld verlieren. Für konstruktive Gespräche und gute Lösungen bekommt ihr ausgezeichnete Tendenzen ab dem 20. August. Dann geht nämlich der Merkur in die Jungfrau und am 22. späten Nachmittags auch die Sonne und das ist günstig für euch. Dann könnt ihr Pläne machen und seht auch mögliche Perspektiven. Die wichtigen Beteiligten müsst ihr natürlich dabei mit einbeziehen. Und die Venus hilft euch dabei, trotz der Spannungen diplomatisch und lösungsorientiert vorzugehen. Wenn ihr Einigungen erzielt, dann scheut euch nicht, wichtige Stichpunkte aufzuschreiben, damit ihr darauf zurückgreifen könnt. Denn das könnte noch mal nötig werden. Hallo, ihr wunderbaren Wassermann-Geborenen und Wassermann-Ascendenten. Ihr gehört zu denjenigen, die nicht so stark von den Mars-Turbulenzen betroffen sind. Es sei denn, ihr habt den Ascendenten oder andere Planeten im Steinbock. Dann solltet ihr auch noch mal ins Steinbock-Horoskop reinschauen. Im August seid ihr besonders soziale Wesen, denn die Sonne aktiviert bis zum 22. eure Beziehungen und Partnerschaften und der Mars heizt eure Diskussionsfreude und euren Ideenreichtum an. Ist natürlich schade, dass weiterhin viele Einschränkungen und Vorsichtsmaßnahmen aufgrund der Corona-Krise im Raum stehen, aber ihr findet trotzdem Mittel und Wege, euch auszutauschen und auch neue Leute kennenzulernen. Der Vollmond im Wassermann am 3. August aktiviert dieses soziale Engagement und das schöne Liebesgeschenk mit Venus und Mondknoten fällt bei euch ins Haus der Lebensfreude. Und so meinen eure Sterne, dass euch trotz möglicher erschwerter Umstände garantiert nicht langweilig wird und dass sich für die Singles unter euch vielversprechende Kontakte ergeben können. Der Vollmond aktiviert auch ganz stark die Kräfte von Erneuerungsplanet Uranus, der ja in Spannung zu eurem Zeichen steht. Wenn ihr also einen Drang verspürt, Dinge in eurem Leben zu ändern, vor allem in eurer Wohn- und Familiensituation, dann hat das damit zu tun. Und rund um diese Themen kann es am Vollmond und auch in der ersten Monatshälfte zu unerwarteten Wendungen und Planänderungen kommen. Ebenso auch bei Verabredungen mit neuen Leuten und Flirts. Lasst euch davon nicht verunsichern, das legt sich in der zweiten Monatshälfte wieder. Wenn ihr fest liiert seid, habt ihr wahrscheinlich am meisten Spaß, wenn ihr gemeinsam mit euren Partnern aktiv werdet und entweder Leute trefft oder euch miteinander über interessante Themen austauscht. Wichtig ist, dass ihr in allen Gesprächs- und Diskussionssituationen auch zuhört. Mars, Chiron und Lilith aktivieren ganz stark euren Intellekt und eure Kommunikation. Und ab dem 5. August kommt auch noch der Merkur dazu, der dann in den Löwen in euer Partnerhaus geht. Und dadurch wirkt ihr dann auch sehr überzeugend. Aber die Frage ist eben, ob ihr auch verstanden werdet. Das ist nicht unbedingt gesagt, denn die Sterne machen euch geneigt, recht gewagte Thesen zu vertreten und zu provozieren. Ideal sind diese Konstellationen, falls ihr beruflich mit Schreiben, Bloggen oder auch Webinaren zu tun habt. Also immer, wenn ihr eure Ideen rauslassen könnt, ohne dass man euch ins Wort fallen kann. Denn im Moment könnt ihr reden ohne Punkt und Komma. Trotzdem lohnt es sich, auf das Feedback eurer Zuhörer oder Leser zu achten. Die schwierigen Mars-Aspekte verweisen bei euch ins versteckte zwölfte Haus. Es kann also sein, dass ihr Leute vor den Kopf aufstoßt, die mehr so im Hintergrund sind und die euch dann Schwierigkeiten machen. Dann müsst ihr gegebenenfalls zurückverfolgen, durch welche Bemerkung oder Provokation ihr so einen Konflikt ausgelöst habt. Möglich auch, dass es Probleme mit euren Geschwistern zu lösen gibt. Und dann sind möglicherweise noch weitere Personen beteiligt, die ihr nicht auf dem Schirm habt. Vielleicht werden auch hinter eurem Rücken Pläne gemacht. Das ist zwar nervig, aber da solltet ihr gegebenenfalls ein Auge drauf haben. Am 7. August abends geht die Venus in den Krebs und aktiviert dann bis Anfang September beim Wassermann-Kollektiv den Jobbereich des Horoskops. Wenn ihr nicht gerade im Urlaub seid, kann das eine recht angenehme Phase für eure beruflichen Abläufe werden. Oder ihr nutzt die Konstellation, um euch ein bisschen zu verwöhnen und etwas für eure Gesundheit zu tun. Auch für spirituelle Wassermann-Geborene ist das ein schöner Aspekt, bei dem ihr durch Meditation und Rituale starke Energien freisetzen könnt. Besonders günstig dafür sind die Tage vom 14. bis 18. August. In dieser Zeit kann übrigens auch überraschend Geld oder auch eine berufliche Chance durch ein Familienmitglied in euer Leben kommen. Am 19. August haben wir dann den neuen Mond im Löwen. Der fällt bei euch ins Partnerhaus und ist deswegen günstig, um euch über die Zukunft eurer wichtigen Beziehungen Gedanken zu machen. Vielleicht beginnt ihr in dieser Zeit auch einen neuen, aufregenden Flirt. Am 20. August geht der Merkur in die Jungfrau und am 22. nachmittags dann auch die Sonne. Danach richten sich die Energien mehr auf Themen rund um eure Verbindlichkeiten und Verträge. Bis zum 6. September ist eine gute Zeit, um neue Entwicklungen in eurem Leben zu integrieren und die nötigen Verträge zu unterzeichnen. Ist auch eine günstige Phase, um einen Familienrat einzuberufen oder um eine neue Wohnung oder ein Haus zu finden. Auch falls es beruflich oder finanziell etwas neu zu bewerten gibt, solltet ihr euch damit beschäftigen. Und wenn in dieser Richtung nichts bei euch ansteht, könnt ihr diese Phase immer noch gut für euer berufliches Fortkommen nutzen. Hallo, ihr fabelhaften Fischegeborenen und Fische-Ascendenten. Ihr könnt besonders von dem schönen Glücks- und Romantikaspekt zwischen Jupiter und Neptun profitieren, weil der in euer Zeichen verweist und außerdem ein Freundschaftsaspekt ist. In den kommenden Monaten dürftet ihr also viel innigen Zusammenhalt mit guten Freunden erleben und je nachdem, wie der Aspekt in euer persönliches Horoskop fällt, steigen auch die Chancen auf romantische Momente mit eurem Schatz oder mit einem neuen Flirt. Es können sich auch die Themen Freundschaft und Liebe verbinden, zum Beispiel, weil ihr entdeckt, dass ihr für jemanden romantische Gefühle entwickelt, mit dem ihr bisher nur befreundet wart. Oder ihr lernt einen Flirt-Kandidaten durch euren Freundeskreis kennen. Für euer berufliches Netzwerk kann dieser Aspekt wohlwollende und fördernde Mentoren anzeigen oder ihr überlegt vielleicht selber, Nachwuchs zu fördern und zu betreuen. Allerdings steckt in den Konstellationen auch eine Warnung. Geld und Freundschaft solltet ihr nicht vermischen. Das birgt Konfliktstoff. Zum Beispiel, wenn Leute aus eurem Freundeskreis sich einmischen wollen, was eure finanziellen Entscheidungen anbetrifft. Gefährlich ist auch die Idee, Freunden Geld zu leihen oder Freunde selbst, um Geld anzupumpen. Leider könnte es auch sein, dass ihr jetzt mit dem Mars im Geldhaus forsch auftretet und völlig berechtigt Geld zurückfordert, was ihr jemandem geliehen habt und dass die Person es aber nicht herausrücken will und es darüber zum Zerwürfnis kommt. Das sind Themen, die müssen mit äußerstem Fingerspitzengefühl gehandhabt werden. Ungünstige Entwicklungen können sich sonst bis zum Oktober hinziehen. Anfang August steht die Sonne im Löwen. Sie aktiviert den Bereich der Gesundheit und Arbeit in eurem Horoskop ab dem 5. August verstärkt vom Merkur im Löwen. Die Konstellationen sind besonders schön für Fischegeborene, die spirituell, helfend und heilend arbeiten. Falls ihr im August Ferien macht, solltet ihr mal überlegen, ob ihr vielleicht die Urlaubstage mit gesundheitlichen Anwendungen verbinden könnt. Dafür würden die Sterne sehr gut stehen. Der Vollmond am 3. August hat für euch eine besondere spirituelle und übersinnliche Energie. Das Liebesgeschenk zu Vollmond mit Venus und Mondknoten fällt in euer kosmisches Familienhaus. Das kann bedeuten, dass sich die Energie der Seelenverbindung nicht unbedingt als Liebespartnerschaft zeigt, sondern vielleicht möchte ein Kind oder Enkelkind in eurer Familie inkarnieren. Das hängt jetzt aber auch sehr davon ab, wo Venus und Mondknoten in eurem persönlichen Horoskop zu stehen kommen. Wenn ihr zum Beispiel Schütze-Ascendent seid, wäre das im Partnerhaus. In dem Fall schaut doch auf jeden Fall auch mal ins Schütze-Horoskop. Am 7. August wandert die Venus abends ins Zeichen Krebs und steht dann bis Anfang September sehr schön für euch. Das verheißt liebevolle und kuschelige Zeiten für alle Fischegeborenen, die einen Liebespartner haben. Und wenn ihr noch solo seid, sind das nun vier Wochen, in denen ihr eine schöne neue Romanze beginnen könnt. Besonders heiß ist in dieser Hinsicht die Zeit zwischen dem 14. und 18. August. Da gibt es auch einen finanziellen Gewinnaspekt. Da könntet ihr mal Lotto spielen. Am 19. August haben wir dann den Neumond im Löwen und der aktiviert beim Fische-Kollektiv den Bereich Arbeit und Gesundheit. Und weil er einen günstigen Aspekt zum Mars im Geldhaus bildet, kann das eine beruflich und finanziell erfolgreiche Phase einläuten, falls ihr dann aus dem Urlaub wieder zurück seid. Heikel bleiben finanzielle Abmachungen mit Freunden und Bekannten oder auch mit Leuten aus eurem Netzwerk. Da ist weiterhin Zurückhaltung angebracht und ihr solltet euch da auch nicht unter Druck setzen lassen. Möglich ist aber auch, dass ihr euch aus persönlichen Gründen finanziell für ein Projekt einsetzen wollt, das nicht unbedingt die besten Gewinnchancen verspricht. Das müsst ihr euch dann gut überlegen, denn das kann noch bis Oktober viel Geld verschlingen. Am 20. August geht der Merkur in die Jungfrau und am 22. August um 17.45 Uhr auch die Sonne und sie aktiviert dann für vier Wochen euer Partnerhaus. Bis zur ersten Septemberwoche habt ihr günstige Aspekte für Gespräche und Vereinbarungen und in der Liebe auch für romantische Momente. In euren Freundschaften kann es dann allerdings zu Neubewertungen kommen und vor allem, wenn ihr finanzielle Verstrickungen eingegangen seid, können die dann zum Thema werden. Davor solltet ihr euch nicht drücken, denn die Aspekte sind dann günstig, um Konflikte diplomatisch zu lösen und die Harmonie wieder herzustellen. Vielleicht seid ihr auch gar nicht selbst betroffen, sondern Freunde oder Bekannte sind dankbar, wenn ihr beratend und schlichtend helfen könnt. Jetzt kommen wir zum Serviceteil mit der Verlosung und meinen neuesten Infos für euch. Fangen wir an mit zwei schönen Rabattaktionen. Wenn ihr ein Kosmogramm bestellt, also euer schriftliches Geburtshoroskop, bekommt ihr jetzt 25% Rabatt und der Gutscheincode ist ANTONIA25. Und dieser spezielle Rabatt ist bis zum 20. August gültig. Und außerdem konnte ich mit meinem Partner von akasha.de aushandeln, dass ihr auf meine Colliers dauerhaft 20% Rabatt bekommt und auch auf das übrige Sortiment von akasha, wenn ihr dort ANTONIA20 eingebt. Die beiden Gutscheincodes schreibe ich euch auch unten in die Videobeschreibung. Falls ihr Beratungsbedarf habt, könnt ihr mit mir persönlich sprechen, am Telefon oder per Zoom-Meeting. Die Beratungsangebote findet ihr auf meiner Homepage oder ihr ruft meine fabelhafte Assistentin Sonja an. Alle Infos findet ihr auf der Infokarte hier und unten in der Videobeschreibung. Der Mars beginnt diesen Monat seine Kampfaspekte mit der Planetenmannschaft im Steinbock. Und für alle, die sich einen Überblick verschaffen wollen, was mit dem Marstransit auf sie zukommt, habe ich mit meinem Team die schriftliche Marsanalyse entwickelt. Darin erhaltet ihr eine Auswertung, auf welche Weise und in welchen Bereichen eures Horoskops sich der Mars für euch auswirken wird. Die Analyse könnt ihr über meine Homepage bestellen und sie ist gültig für sechs Monate ab dem Bestelldatum. Auch für eure Gesundheitsfragen haben wir eine schriftliche Analyse entwickelt, nämlich den Vitalstatus. Falls ihr wissen wollt, was euch in den kommenden Monaten erwartet, vor allem wenn sich im September und Oktober die kosmischen Konflikte verschärfen, empfehle ich euch diese schriftliche Übersicht. Darin erfahrt ihr, welche Aspekte aller Planeten für die kommenden drei Monate für eure Vitalkraft wirksam werden. Und es gibt auch wieder einen Livestream, nämlich am 3. August um 21 Uhr. Diesmal Wer passt wie zur feinsinnigen Jungfrau? Das ist dann der Abschluss unserer beliebten Serie Wer passt zu wem? Dann haben wir alle zwölf Zeichen zusammen. Während des Livestreams verlose ich ein schriftliches Horoskop und wenn ihr beim Gewinnspielen mitmachen wollt, meldet euch bitte vorher an. Den Link dazu findet ihr auch unten in der Videobeschreibung. Und jetzt kommen wir zur Verlosung im August. Weil wir recht prickelnde Liebeschancen haben, verlose ich diesmal ein schriftliches Partnerhoroskop. Um mitzumachen, unterstützt doch bitte meinen Kanal durch ein Abo und wenn ihr schon treue Abonnenten seid, freue ich mich, wenn ihr meine Videos in euren Social Media teilt oder weiterempfehlt. Und lasst mich das wissen in einem netten Kommentar hier unter diesem Video. Wenn ihr beim Abo das Glöckchen oben rechts aktiviert, werdet ihr übrigens immer automatisch benachrichtigt, wenn ich neue Videos hochlade oder live streame. Und hier könnt ihr meinen Kanal abonnieren. Alles über die kosmischen Liebesgeschenke im August erfahrt ihr in dem Video zum aktuellen Mondzyklus. Wichtig ist natürlich auch der Beitrag über den Marstransit, Begegnung mit dem inneren Krieger. Und der Mars wird begleitet von der wilden Lilith im Wetter. Alles Gute mit den Sternen und bleibt achtsam.